Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Jetzt wird die Schlagzeile erhöht. Ein neuer Sportvlog. Rucki, zucki. Und was ich heute beim Sportvlog mache, das erzähle ich euch gleich. Eben habe ich mich nur ein bisschen warm gelaufen, so sieben, acht Minuten und muss heute aber die App von Rosario Battaglia wieder abarbeiten. Hier hat er mir wieder ein paar Aufgaben gestellt und die werde ich jetzt durchführen und es wird mich natürlich wieder an die Grenze bringen, aber alles gut, super. Mein Auto steht hier um die Ecke. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also sag mal so, anstrengend ist es aber, aber es geht. Ich bin, glaube ich, ganz gut dabei. Das war's für heute. Ich bin, glaube ich, ganz gut dabei. Ich bin, glaube ich, ganz gut dabei. Du bist, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Ich bin, glaube ich, ganz gut dabei. Ich bin, du bist, du bist, du bist. Oh Gott. Ich hab's gemacht. Warte, ich zeig's euch. Hier steht's. Da. Nein, stand's mal. Scheiße. Bin zu spät. Macht nix. Ich hab wie lange trainiert? 35 Minuten. 35 Minuten müsste es sein jetzt. Da hab ich Rosarius Aufgaben bewältigt. Ich glaub bisschen schneller als gestern. Also 35 Minuten. Check. Check. Rosarius Aufgaben bewältigt. Rosarius App Aufgaben bewältigt. Check. Und dann hab ich noch ein paar Autofahrer, ein paar Besucher hier von der Grillhütte verwundert. Die haben geguckt wie ein Auto. Macht ja nix. Check. Puh, lauter Fliegen hier. Naja. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Ich hab ganz vergessen. Ich muss ja noch zu meinem Auto zurücklaufen. Nachtrag. Noch 8 Minuten Jogging. Aber egal. Komm, ist egal.